Hallo Freunde, heute möchte ich euch eine Geschichte über Billys Haus erzählen. Vor einiger Zeit wollte Billy ein Haus für sich bauen. Die Baustelle vorzubereiten ist die Aufgabe eines Bulldozers. Schau mal, wie schnell Billy arbeitet. Jetzt muss er eine Grube ausheben. Dazu ist ein Baggergut geeignet. Billy ist wirklich ein toller Bagger. Was für Fahrzeuge arbeiten noch auf einer Baustelle? Kipplaster Billy, wo fährst du denn hin? Schau mal, Billy kann Baumaterial transportieren. Jetzt lädt er es auf der Baustelle ab. Gut gemacht, Billy. Oh, schau mal, ein Kran. Billy, kannst du dich auch in einen Kran verwandeln? Jetzt kann er ohne weiteres schwere Betonplatten heben. Kräne sind sehr starke Fahrzeuge. Deshalb ist es für sie auch kein Problem, die schwersten Teile eines Hauses hochzuheben. Da hat Billy aber ein tolles Haus gebaut. Hat dir meine Geschichte gefallen? Dann abonniere Kinder Cartoons und schau dir noch mehr Videos an. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020